Don John hier, professioneller Flirt-Trainer und Dating-Coach und in dem folgenden Video erkläre ich dir, warum Frauen dich für Sex warten lassen. Es gibt insgesamt fünf Top-Gründe dafür, warum eine Frau, wenn selbst sie sagt, dass sie dich mag und dich attraktiv findet, trotzdem nicht sofort mit dir ins Bett gehen möchte. Wohingegen, wenn du als Mann, wenn dich eine Frau ansprechen würde und sie sagt, hey, du bist süß, du gefällst mir, willst du nicht mit nach Hause kommen, dann würdest du wahrscheinlich nicht Nein sagen. Klar, wahrscheinlich würdest du kurz denken, hm, verarsche ich mich, ist ein bisschen, weil es nicht so typisch. Aber grundsätzlich wärst du nicht abgeneigt, wenn eine Frau sagt, hey, du gefällst mir, komm mit. Umgerät, eine Frau hingegen ist da nicht so und da gibt es mehr Gründe, evolutionsbiologisch, dann psychologisch, Umweltfaktoren. Das will ich dir erklären, damit du verstehst, zum einen, warum das so ist, warum die weibliche Psychologie ein bisschen anders tickt als die männliche und zum anderen, wenn du das Verständnis hast und die Erkenntnis, wie du das zu deinem Vorteil nutzen kannst, um doch mit den Frauen schneller im Bett zu landen. Zunächst einmal ist es wichtig, dass du verstehst, dass du als Mann in der Regel das stärkere Geschlecht bist. Es gibt bestimmt auch Ausnahmen, aber du als Mann könntest, wenn du mit der Frau in einem geschlossenen Raum bist, sie zu etwas zwingen, was sie nicht möchte und sie könne nichts dagegen tun. Und das vergessen wir Männer oft, vor allem in Zeiten der Emanzipation und, oh, die Männer sind verunsichert im Zug auf Frauen. Aber im Grunde ist es immer noch so, dass der Mann seinen Willen durchdrücken kann und gegen den Willen, wie gesagt, der Frau. Und eine Frau, wenn du jetzt eine fremde Frau ansprichst im Club oder im Alltag und die findet dich zwar süß und nett und auch attraktiv, ist sie trotzdem ein bisschen skeptisch. Vielleicht auch durch die ganzen Headlines von der Bild-Zeitung, diese Horrorgeschichten von irgendwelchen Psychos, die wieder irgendwelche Leichen im Keller versteckt haben und das spielt also unterbewusst eine Rolle mit. Das heißt, du musst der Frau zu verstehen geben, dass du kein Axtmörder bist, dass du kein Psycho bist, dass du gute Absichten hast und das Vertrauen entsteht über Zeit. Und manche Frauen haben ein gutes Gespür, haben ein gutes Bauchgefühl und plus einen guten Draht zu ihrer Sexualität und werden mit dir innerhalb von 15, 15, 20, 30 Minuten mit nach Hause gehen. Andere brauchen ein bisschen länger. Aber im Grunde kannst du es nicht vermeiden, dass dieser grüne Haken abgecheckt wird. Und wenn der sitzt, wenn das abgehakt ist, dann wird sie mit dir mitgehen. Und das kannst du eigentlich gar nicht aushebeln, außer die Frau ist komplett besorgen, weiß nicht mehr, was sie tut. Aber wenn sie bei bewusstem Verstand ist, wird sie das immer abchecken. Und das wird sie entweder schnell tun oder sich ein bisschen Zeit lassen. Liegt, wie gesagt, an der Persönlichkeit, an dem Charakter der Frau und natürlich auch an einem Verführungsskill. Die zweite Sache, warum eine Frau nicht sofort mit dir Sex haben möchte, ist, dass sie sich aufgewertet fühlt, wenn du ihr nachrennst. Da ist von Anfang der Frame schon falsch gesetzt, denn die Frau betrachtet sich als Preis und du bist derjenige, der für Sex arbeitet. Aufgrund dessen wird die Frau sich immer mehr aufgewertet fühlen, nicht nur von dir, auch von vielen anderen, die sie vielleicht bekommen könnte, die so wie Orbiter um sie herum schwirren, aber keinen lässt sie an sich ran. Und dann gibt es wieder die Unterscheidung, früher oder später wird die Frau doch mit dem einen oder anderen Sex haben. Und manche aber auch gar nicht. Das heißt, es gibt Frauen, die haben geringen Selbstwert, ein geringes Lustempfinden und andere haben geringen Selbstwert und ein hohes Lustempfinden. Und die einen geringen Selbstwert haben und ein hohes Lustempfinden, die werden dich ein bisschen zappeln lassen. Aber letztendlich wirst du doch mit denen Sex haben, wenn du jetzt keine groben Schnitzer machst, keine groben Fehler in deinem Game und wenn Grundanziehung zwischen euch vorherrscht. Und das ist wiederum, das kann man in gewissen Zügen auch aushebeln, wenn du den Frame von Anfang an richtig setzt und der Frau zu verstehen gibst, dass sie nicht der Preis ist und dass auch du mit anderen Frauen Sex haben kannst und sie nicht diese krasse Königin ist. Aber das ist wie gesagt der zweite Punkt, den du begreifen musst, warum eine Frau nicht sofort mit dir ins Bett gehen möchte. Punkt Nummer 3 ist die Erregungskurve der Frau. Wir Männer können in der Regel sofort Sex haben und das Vorspiel skippen und trotzdem schnell kommen und unseren Spaß haben. Bei Frauen ist das nicht so. Klar gibt es auch immer wieder Momente, wo du mit Frauen schnell Sex haben kannst, einen Schnellquick haben kannst, das leidenschaftlich und geil ist. Aber tendenziell wollen die Frauen doch ein bisschen aufgeheizt werden. Das liegt einfach an ihrer Natur. Ich sage immer, Männer sind mehr oder weniger wie diese Lichtschalter, die man anknipst und Frauen diese andere Art von Lichtschalter, die man langsam andreht. Und diese Verführung oder diese Erregungskurve, die beginnt nicht erst zu Hause, wenn du beginnst mit der Frau dich zu küssen und sie auszuziehen, sondern schon an dem Punkt, wo du mit ihr das Date hast oder ich würde sogar so weit gehen, an dem Punkt, wo du sie ansprichst und ihr versteht euch gut und da ist Grundanziehung da. Ab dem Punkt beginnt die Erregungskurve. Und wie gesagt, das kann man auch triggern. Man kann, wenn man ein guter Verführer ist, sexuelle Anspielungen mit einbauen, sie auf sexuelle Fantasien bringen oder in eine Richtung, ihre Gedanken in eine Richtung treiben, wo sie schneller daran denkt. Und dann liegt es wiederum an der Persönlichkeit der Frau, wie offen, wie locker die ist und wie schnell du sie verführen kannst. Aber das ist, wie gesagt, der dritte Punkt, warum du die Frau nicht sofort ins Bett bekommen kannst, wo wir Männer hingegen sagen, hey, klar, du bist mit mir sechs, ich gehe mit dir nach Hause. Und die Frauen, wie gesagt, das man in der Regel erstmal langsam aufbauen muss. Und langsam ist, wie gesagt, ein variabler Begriff. Für manche ist langsam zehn Minuten, für andere ist das drei Stunden oder verteilt über mehrere Tage. Das ist abhängig von einem Verführungsskill und von einem Persönlichkeitstyp der Frau. Punkt Nummer vier ist der Schlampenstempel. Das hat wieder was mit dem Selbstwert der Frau zu tun. Wenn eine Frau sagt, ich bin nicht so billig, ich bin nicht so leicht zu haben, dann ist es zum einen wieder, will dir die Frau zu verstehen geben, dass sie der Preis ist und nicht du, was wieder ein falsches Framing ist. Und zum anderen, dass die Frau nicht selbstbewusst genug ist, zu ihrer sexuellen Seite zu stehen. Selbst wenn nicht sie dich anziehen und attraktiv findet, denkt sie, wenn sie sich jetzt einfach dir hergibt, ist sie nicht so viel wert. Und das ist wiederum geschuldet der Umwelt, dass man sagt, okay, Frauen, die sich ausleben, das sind Schlampen oder die mag man nicht. Und ich habe auch mal ein Video dazu gemacht, dass alle Frauen Schlampen sind, aber nicht im negativen Sinne, sondern dass es geil ist, dass Frauen genau diese gleichen Bedürfnisse haben wie Männer. Und die richtigen Männer trägern das und verurteilen die Frauen nicht dafür. Und dadurch werden dann die Frauen nicht solche Hemmungen davor haben und den Männern vertrauen und schneller mit denen ins Bett gehen. Deswegen ist es wichtig, dass du hier im Vorfeld, wenn du merkst, du scheiterst an dem Punkt der Verführung oder das zieht sich ein bisschen in die Länge, weil die Frau so von ihrer Art eine Frau ist, die nicht leicht zu haben ist oder die sich ein bisschen interessanter machen will, als sie ist, dass du das schon im Vorfeld, am besten auf dem Date, ihr zu verstehen gibst, dass du sie für ihre sexuelle Seite nicht verurteilst. Du kannst es zum Beispiel machen, indem du sagst, hey, ich finde die Emanzipation, der Frau hat nach Nachholbedarf, wie stehst du zur Emanzipation? Ich finde, schau mal, wenn Männer sich ausleben, dann werden die gehypfeift von ihren Bros und wenn die Frauen das machen, dann werden die gleiche Schlampe abgestempelt. Ich finde, das ist unfair. Gleiches Recht für alle. Eine Frau soll genau sich so ausleben können wie Männer, ohne dafür verurteilt zu werden. Ich würde eine Frau niemals dafür verurteilen. Wenn du der Frau das zu verstehen gibst, dann wird sie merken, hey, wenn ich mit dem schnell ins Bett gehe, dann wird er mich nicht verurteilen und aufgrund dessen geht sie schneller mit dir ins Bett. Klar gibt es dann auch welche Frauen, die einfach zu abhängig sind von der gesellschaftlichen Bestätigung, von der Bestätigung von außen, von der sozialen Konditionierung oder auch von ihrem Ego, dass sie davon nicht ablassen können und trotzdem nicht schnell mit dir ins Bett gehen, weil die einfach so gefangen sind und das sind meistens die, die einen sehr geringen Selbstwert haben. Das sind meistens die Frauen, die sich sehr viel schminken, Extensions tragen, lange Fingernägel, die einfach zu sehr, sich so wertlos fühlen, dass sie alles auf ihr Äußeres, ja alles machen, um ihr Äußeres noch weiter zu pushen. Ja, mit Fake-Titten, ständig Solarium, ins Fitnessstudio gehen. Also versteht mich nicht falsch, ich stehe jetzt nicht auf Ökotustis, ich mag auch Frauen, die sehr gut aussehen und sich zu pflegen wissen, aber wenn es eine Frau übertreibt in diese Richtung, ist das immer ein starkes Indiz dafür, dass mit der Frau etwas nicht stimmt, dass ihr Selbstwert sehr gering ist und sie versucht, das zu kompensieren über ihr Äußeres. Ein umgekehrtes Beispiel wäre genau so ein Mann, der nicht weiß, wie viel er wert ist und nicht spürt, dass er auch anziehend von Natur aus auch Frauen ist und deswegen sich teure Autos kauft, teure Markenklamotten, eine teure Uhr und so versucht und die Frau zum Essen einlädt und dies und das und so versucht, sie von sich zu überzeugen und dass er merkt, dass er schon von Grund auf anziehend ist für Frauen. Von diesen Frauen würde ich dir meiner Meinung nach abraten, weil das macht oft nicht viel Spaß und oftmals ist mit diesen Frauen, die einen sehr geringen Selbstwert haben, auch der Sex nicht der beste, aber das nur am Rande. Der fünfte und letzte Punkt ist der Uninstinkt der Frau. Das heißt konkret, eine Frau kann sich auf den Abenteurer, auf den Traufgänger, auf den Alpha einlassen und mit ihm Kinder zeugen und die mit einem anderen aufziehen, der sie gut versorgt. Der Alpha wird sich in der Regel schlecht binden lassen, weil der hat die Auswahl, der kann viele Frauen haben, der hat seine Missionen im Leben, ein Versorger in dem Sinne, der wird sich eher binden lassen und hier ist es interessant, dass du beides triggerst, weil die Frau denkt, wenn ich mit dem ins Bett gehe und er schwängert mich, der wird wahrscheinlich sich nicht binden lassen und aufgrund dessen ist es schlecht für mich, dann stehe ich mit den Kindern da, ich habe zwar das beste genetische Material hervorgebracht mit ihm, aber ich stehe hier alleine da und wer weiß, ob ich überlebe und da ist es gut, dass du beide Rollen ein bisschen vermischt und dadurch wirst du viel mehr Frauen verführen. Zum einen die Versorgerrolle mit der Alpha, mit der Traufgängerrolle, mit der Abenteurerrolle und das heißt im Endeffekt, dass du ein liebenswürdiger Arsch bist. Also du bist nicht komplett dieser Macho, Alpha, Arschloch-Typ, unempathisch, aber Selbstbewusstsein geht nur seinen Weg und du bist auf der anderen Seite nicht der extreme Nice Guy, sondern du kombinierst beide Seiten auf einmal und das macht dich unwiderstehlich für Frauen, weil die weiß, oh, mit dem habe ich gutes genetisches Potenzial, das ist alles interessant, der geht seinen eigenen Weg, er ist der Mann, ich bin die Frau, das fühlt sich alles gut an, der ist nicht so ein Typ, der mir jeden Wunsch von den Lippen abliest, sondern macht sein Ding und das fühlt sich sehr natürlich an, aber auf der anderen Seite hat er auch empathische Seiten, auf der anderen Seite, wenn er mich schwängert oder wenn es mir nicht gut geht, der ist für mich da, trotz alledem und dadurch, wenn du das so der Frau gut vermitteln kannst, dann wirst du noch mehr Frauen verführen können, weil du einfach die Frauen merken, hey, wenn ich mit dem jetzt relativ schnell ins Bett gehe, eine halbe Stunde, zwei Stunden oder was weiß ich, was du auch für schnell empfindest, dann wird sich das trotzdem für mich rentieren und es stellt keine Gefahr für mich dar. Also heutzutage stellt sowieso keine Gefahr für eine Frau dar, weil die mehr oder weniger abgesichert ist, aber sei mal im Steinzeitalter, wenn die vom falschen Typen geschwängert wurde und er sich nicht um sie kümmert oder einen geringen Status hat, dann wird er die Frau wahrscheinlich verhungern oder ausgestoßen vom Stamm und das war es dann. Heutzutage ist das nicht der Fall, aber dieser Urinstinkt greift trotzdem noch. Also merkt ihr einfach, sei ein liebenswürdiger Arsch und damit wirst du noch mehr Frauen verführen, weil sie merken, hey, du bist dieser Alpha, aber zum anderen auch empathisch und wirst für sie da sein. In diesem Sinne fügen wir nochmal kurz die fünf Gründe zusammen, warum eine Frau nicht so schnell mit dir ins Bett geht und wie du das in gewisser Weise aushebeln kannst. Zum einen gibt der Frau zu verstehen, dass du kein Psycho bist, damit die Frau Vertrauen zu dir fasst. Zum anderen achte darauf, dass es bestimmte Frauen gibt, die Bestätigung einfordern und nicht unbedingt gleich mit dir Sex wollen oder auch gar nicht mit dir Sex wollen. Lass nicht zu, dass die Frau der Preis ist, damit du die Frau eben doch schneller verführen kannst. Nummer drei, achte auf die Erregungskurve der Frau. Männer, Lichtschalter, die man an- und ausknipsen kann. Frauen, solche Lichtschalter, die man langsam andreht. Nummer vier, nimm die Angst der Frau vor diesem gesellschaftlichen Ruf, den sie zu verlieren hat, wenn sie mit dir schnell ins Bett geht. Und Punkt Nummer fünf, achte auf den Urinstinkt. Sei dieser Alpha, sei dieser Traufgänger, sei unberechenbar, aber sei empathisch, sei dieses liebenswürdige Arschloch und die Frauen werden dir schneller zu Füßen liegen, als du denkst. In diesem Sinne, abonnieren nicht vergessen, Daumen hoch nicht vergessen und wenn du schon abonniert hast, dann aktiviere die Glocke unten rechts, damit du auch kein neues Video von mir verpasst.